bundesliga eball spannende geschichte mit neuem trainer bundesliga spannende geschichte mit neuem trainer bundesliga spannende geschichte mit neuem trainer aufsehen in der deutschen fußballlandschaft der fc bayern münchen hat erneut einen prominenten namen verpflichtet um die führung der ersten mannschaft zu übernehmen der ehemalige belgische nationalspieler vincent company wird das sportliche zepter in die hand nehmen diese entscheidung hat bei fußballfans und experten gleichermaßen für intensive diskussionen gesorgt company der bis zuletzt als trainer beim englischen zweitligisten burnley fc agierte steht nun vor einer der größten herausforderungen seiner noch jungen trainer karriere max eberl sportdirektor des fc bayern münchen zeigte sich optimistisch und sprach von einer spannenden geschichte die der klub mit dem neuen trainer schreibe vincent ist ein außergewöhnlicher kopf im fußballgeschäft seine führungsqualitäten als kapitän von manchester city und seine methodische herangehensweise haben uns überzeugt wir glauben dass er das team zu neuen erfolgen führen kann so eberl während der offiziellen vorstellung des neuen trainers die entscheidung ein strategischer schritt die verpflichtung von vincent company kommt zu einem entscheidenden zeitpunkt der fc bayern münchen bekannt für seinen kontinuierlichen erfolg in der bundesliga und auf europäischer ebene stand in der letzten saison unter starkem druck obwohl sie erneut die meisterschaft gewannen erreichten sie die hohen erwartungen in der champions league nicht und mussten sich frühzeitig aus dem wettbewerb verabschieden es ist eine natürliche entwicklung dass ein verein wie bayern nach neuen impulsen sucht wenn die bestehenden mechanismen stagnieren erklärte der fußballanalyst und ehemalige nationalspieler mehmet scholl im zdf company bringt eine frische perspektive in den verein der 37 jährige hat seine trainerfähigkeiten in burnley unter beweis gestellt wo er in seiner ersten saison den aufstieg in die premier league erreichte sein taktisches verständnis und seine fähigkeit junge talente zu fördern haben ihm in england viel anerkennung eingebracht ich möchte meinen stil und meine ideen hier in münchen einbringen bayern ist ein verein mit großer tradition und ebenso großen erwartungen meine aufgabe wird es sein den hunger nach erfolg zu stillen und gleichzeitig die entwicklung des teams voranzutreiben erklärte company auf der pressekonferenz veränderungen im kader erwartet mit companies ankunft könnte es auch bedeutende veränderungen im kader geben obwohl die mannschaft um stars wie manuel neuer joshua kimmich und robert lewandowski viele talente aufweist gibt es berichte dass der neue trainer neue gesichter in die mannschaft integrieren möchte wir haben eine ausgezeichnete basis aber wir dürfen nicht aufhören uns weiterzuentwickeln sagte company es gibt einige positionen die wir stärken und mit frischen kräften besetzen müssen die transferperiode verspricht daher spannend zu werden vermehrt kursieren gerüchte das bayern interesse an jungen spielern wie erling harland von borussia dortmund und jadon sancho von manchester united zeigt beide spieler würden dem verein eine neue dynamik verleihen und den konkurrenzkampf innerhalb der bundesliga und auf europäischer bühne verstärken fanreaktionen und expertenmeinungen die fernbasis des fc bayern ist geteilter meinung während einige die entscheidung begrüßen und auf eine neue ära des erfolgs hoffen sind andere skeptisch company ist noch ein unerfahrener trainer er war ein großartiger spieler aber wird das auf dieser ebene ausreichen fragt franz müller ein langjähriger bayern fan solche zweifel sind nicht ungewöhnlich bei der verpflichtung eines vergleichsweise unerfahrenen trainers für einen so großen klub experten sehen das engagement ebenfalls mit gemischten gefühlen es ist ein mutiger schritt von seiten des fc bayern so der sportjournalist reinhard grindel company bringt frischen wind und ein modernes trainingskonzept aber er muss beweisen dass er auch in der lage ist mit den enormen erwartungen und dem druck umzugehen der in münchen alltäglich ist company's philosophie und die zukunftsaussichten company selbst gibt sich gelassen und entschlossen ich habe in meiner karriere viel erlebt und aus meinen erfahrungen gelernt ich bin hier um hart zu arbeiten und mit dem team höchstleistungen zu erzielen fußball ist mehr als nur ein spiel es ist eine leidenschaft und ich freue mich darauf teil dieser großartigen reise zu sein sagte er in seinem abschlussstatement die kommenden monate werden zeigen wie erfolgreich diese neue spannende geschichte sein wird sicher ist jedoch dass der fc bayern münchen unter vincent company eine aufregende phase durchläuft die sowohl fans als auch beobachter des fußballs mit spannung verfolgen werden author anita farke donnerstag 30 mai 24